Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben natürlich den Abschiedskampf noch nicht abgeschrieben. Von daher sind wir wach und wollen das Spiel gegen Stuttgart gewinnen. Wir sind selbstbewusst und ich denke, wir können in jedes Spiel gehen, das Spiel zu gewinnen. Aber trotzdem, ich denke, wir müssen wach sein. Sehr gut eigentlich. Ich bin zufrieden mit meiner Entwicklung. Aber ich denke, ich muss weitermachen, weil ich denke, ich kann noch viel mehr. Aber ich muss weiter konzentriert arbeiten und im Training alles geben. Und ja, wie bis jetzt. Also kein Stück Nachlass. Er hat mir nochmal ein spielerisches Element dazu gegeben mit dem Offensivfußball, den wir spielen. Und von daher kann ich meine Stärken noch mehr ausspielen. Ich denke, das kann ich noch besser machen. Aber sein Fußball ist sehr anspruchsvoll. Und das ist auch gut für meine Entwicklung. Erstmal muss ich jetzt diese Spiele hier abwarten und fokussiert auf Bremen sein. Und danach denke, ich denke, wenn ich dabei sein kann, das wäre natürlich ein großer Erfolg für mich.